Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Solo-Sieg Challenge. Wir haben Tag Nummer 30 und wir stehen auf Rang 10 mit 61 Punkten. Und wir haben eine sogar noch größere Ausbreitung als zuvor, denn wir haben es geschafft in Südamerika wieder zu landen. Wir haben Ontario und Panama Stadt wieder eingenommen und ja, was soll ich sagen, Argentinien ist mehr oder weniger vollständig besiegt. Denn wie ihr auch sehen könnt, hier landen aktuell australische Truppen hier im Süden von Argentinien, in Chile genauer gesagt, und erobern hier gerade weite Teile ihrer Industrieprovinzen. Das hatten wir so ein bisschen uns auch fast gedacht schon, dass das passieren wird. Es war ja mehr oder weniger zu erwarten, denn Australien war ja etwas eingeschränkt hier, was die weitere territoriale Ausbreitung anging. Und damit war es nur eine Frage der Zeit, bis Argentinien, die ja auch selbst um die Gunst von Norwegen gebuhlt hatten, hier dann doch Opfer werden ihrer eigenen Pläne. Und jetzt eben ist es passiert. Es war klar, es hätte anders kommen können. Wir hatten es bereits ein bisschen uns gedacht. Aber ja, Australien und Norwegen werfen hier Argentinien gerade so ein Stück weit unter den Bus, denn es war klar, sie werden sich den Rundensieg alleine schnappen und nicht mit Argentinien. Und damit haben wir jetzt quasi einen Feind besiegt. Argentinien ist nicht mehr auf der Seite des Feindes aktiv. Sie sind auch vermutlich AFK, davon ist auszugehen. Sie haben seit gestern keine weiteren Befehle mehr gegeben. Das heißt, ich werde meine Anstrengungen hier jetzt zum größten Teil minimieren und vermutlich sogar dann bald alle Truppen abziehen. Ein Gegenangriff ist nicht wirklich möglich oder eine eigene Invasion, denn zum einen ist Australien uns auch sicherlich nicht gerade freundlich gesinnt. Und zum anderen kommt der nächste Angriff von Norwegen sicherlich. Und gerade sammeln sie auch bereits die ersten Truppen hier in Houston. Hatten sie vorhin mal wieder, ich glaube, sechs, sieben Artis gehabt und auch weitere Truppen kommen heran. Sie haben auch wieder deutlich über 100.000 Truppen auf dem amerikanischen Kontinent. Das heißt, Norwegen wird auf gar keinen Fall uns hier überleben lassen. Sie werden uns irgendwann auch dann bekommen. Koste ist, was es wolle. Bislang ihre Verluste weiterhin wirklich hoch. Wir schauen kurz in die Zeitungsartikel. Wir sehen gerade hier wieder weiter viele Berichte. Alleine von gestern fast eine Million Truppen aus Norwegen sind nun bereits gefallen im Krieg. 461.000 auf unserer Seite. Und Argentinien hat fast 600.000 Truppen verloren. Das heißt, wir werden mit Sicherheit noch die 2 Millionen Marke knacken, was beide zusammen angeht, was wirklich viel ist. Und ja, für uns soweit läuft es ja eigentlich ganz schön solide. Denn wir haben es geschafft, unsere Linien weiter auszubauen. Mexiko-Stadt und Leon bekommen ihre Festungen zurück. Unsere zwei EBGs in Salina Cruz halten hier ganz gut den Golf von Mexiko frei. Wir bombardieren auch immer wieder ihre kleinen Einheiten, die hier vorrücken wollen. Zum Beispiel die hier können wir mal ganz kurz zerstören bei Ciudad Victoria. Mit dem Aktualisieren sollten die auch weg sein. Und das sind sie, wunderbar. Dann können wir jetzt hier wieder Monteree bombardieren und dort ihr Aufmarschgebiet zerstören. Und ja, soweit läuft das hier für uns eigentlich ganz gut. Wir bauen auch neue Einheiten. Zum Beispiel bauen wir aktuell eine größere Menge an Flugzeugen. Genauer gesagt, wir bauen aktuell zwei. Wir bauen auch ein U-Boot, um so ein bisschen hier mal zu schauen, was hier genau passiert. Und wir bauen auch neue Artis, um unsere Armeen weiter zu vergrößern. Und ich denke, solange sie keine größeren Bomberflotten haben, sollten wir das eigentlich alles überleben können. Denn sie werden uns im Nahkampfangriff zu Land erstmal nicht wirklich gefährlich werden können. Wir haben einfach eben immer noch zu viele Festungen. Wir haben zu viel Arti. Die haben sie eben hier nicht. Aber was auf jeden Fall ein Problem für uns wäre, wäre es eine wirklich große Schlachtschiffflotte, die unsere Eisenbahngeschützer angreifen könnte. Oder eben Bomber, denn da hätten wir gar keine Mittel gegen. Bomber würden auf jeden Fall sehr wirksam sein. Denn wir hätten keine Option, uns da irgendwie zu verteidigen. Wir hätten nicht genug Flugzeuge auf Dauer. Sie hätten eine bessere Produktion als wir. Von daher hoffe ich, dass in der Richtung erstmal nichts kommt. Und wir noch ein paar weitere Tage hier überleben können. Australien könnte eventuell auch Richtung uns kommen. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall Feuer eröffnen. Wir sollten sich hier zu nah dran vorbeifahren. Wäre ein gefundenes Fressen für meine Eisenbahngeschütze. Ich will eben vermeiden, dass sie hier irgendwie eine Marieninvasion starten. Das wäre zu erwarten vermutlich. Sie müssen aber auch wissen, dass ich sie gesehen habe. Sind mich alle hier vorbeigefahren an Hawaii. Das heißt, ich gehe mal davon aus, die sind eher für Argentinien bestimmt. Obwohl der Marschweg ein sehr komischer ist. Also es kann schon sein, dass die jetzt hier versuchen wollen, irgendwo bei uns in Mittelamerika zu landen. Und das heißt, unsere Geschütze sind bereits in Position. Und können dann bald hier auch das Feuer eröffnen. Und dann werden wir hier uns noch ein paar schöne Kills holen für unsere Dienstakte. Und ansonsten gibt es keine größeren Nachrichten aus der Welt. Hongshian hat jetzt hier Japan angegriffen. Das heißt, die letzten wenigen Nationen hier, die fallen jetzt auch. Der Iran ist AFK. Das heißt, die Koalition, die hier gegen Norwegen steht, wird immer kleiner. Es gibt eigentlich kaum noch Nationen, die jetzt hier gegen sie stehen. Die sind alle AFK, die ganzen Länder hier. Das heißt, da ist nicht viel übrig. Wir werden also sehr bald hier einen Rundensieg von Norwegen erleben. Die haben auch bereits 1100 Punkte. Das heißt, es gibt sogar eine kleine Chance, dass wir noch in der Runde existieren könnten, wenn sie hier gewinnen. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass sie schaffen werden, alle Provinzen von uns einzunehmen, bevor diese hier die 1500 Punkte voll haben, gerade mit der Einnahme von Japan. Also könnten wir durchaus sogar noch auf dem inoffiziellen zweiten oder in dem Fall sechsten Rang die Runde abschließen. Wird leider nicht viel besser werden für uns, denn wir werden immer weitere wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen, gerade mit dem Verlust von Ciudad Victoria irgendwann. Oder auch dann mit dem Verlust von den Provinzen hier im Norden wird das für uns schwieriger werden. Vor allem auch, weil wir immer mehr Industrie verlieren, denn zum Beispiel Mexiko-Stadt war ja eine wichtige Produktionsprovinz für uns. Die haben wir ja zum größten Teil verloren. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir noch irgendwelche größeren Chancen haben hier. Was das Überleben angeht, werden vielleicht noch existieren und nicht alle Provinzen verlieren. Aber ultimativ werden wir, denke ich, von Norwegen hier besiegt werden. Das heißt, der Solosieg-Versuch ist ja, wie vorher schon erwähnt, gescheitert. Und wir werden ihn auch fürs Erste nicht wieder versuchen. Stattdessen werde ich das dann mal wieder in Angriff nehmen, sobald es wieder ein Event gibt, dieses All Nations All In, in dem es dann keine Koalition gibt. Da macht das, denke ich, am meisten Sinn, weil da wird man auch noch nicht angegriffen von Koalition. Das heißt, ich denke, das wäre für uns die beste Idee. Und hier werden wir einfach uns darauf konzentrieren, das so schwierig wie möglich zu machen für unseren norwegischen Gegner. Und ja, Argentinien, muss man sagen, hat das einfach so ein bisschen sich da verzettelt. Die hatten alle Optionen eigentlich gehabt. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht, dass sie es nicht geschafft haben, sich mit Norwegen zusammenzuführen. Ich denke, das lag vermutlich daran, dass ihre Performance gerade am Anfang des Krieges wirklich sehr suboptimal war. Und das war ja auch für uns schon so ein bisschen absehbar. Sie haben ihre Truppen nicht gut positioniert, nicht gut gesammelt. Sie haben sehr langsam reagiert. Und das hat dazu geführt, dass sie es gerade mal geschafft haben, hier zwei Provinzen einzunehmen, wenn man jetzt nicht gerade hier noch Santo Domingo und Haiti und Co. bedenkt. Das war für sie wirklich einfach ein Desaster. Sie hatten ein riesiges Militär, größer als unseres. Sie hatten eine große Marine. Sie haben alles verloren, restlos. Und ich denke, das ist vermutlich der Grund gewesen dafür, dass Norwegen hier sich dazu entschieden hat, die deutlich erfolgreicheren Australier in die Koalition zu nehmen. Und damit wird Argentinien jetzt besetzt werden. Und sie werden dann damit auch ihr Ende finden. Und wir werden zumindest von uns sagen können, dass wir Argentinien besiegt haben. Das war ja unser kleines Ziel gewesen, auch Argentinien zu besiegen. Wir haben es geschafft, wenn auch nicht besetzt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!